So, da sind wir wieder bei Naruto und ich hatte hier abgespeichert und wo ich dann abgespeichert hatte, habe ich hier noch ein Fragment gefunden, das machen wir und danach gehen wir die Geil-Mission weiter an. Ich glaube, das sind dann noch drei Kämpfe, wenn es richtig ist, aber erstmal machen wir jetzt das mit dem Fragment. Narutos Geheul, aha, das sagt mir jetzt gerade nichts. Ah, okay. Naruto und Kakashi verfolgen Daidara, den Entführer von Gaara und es gelingt, ihnen Daidara einzuholen. Gaara ist ein besonders enger Freund von Naruto. Als Naruto Daidara gegenüber tritt, der nach wie vor unbesorgt scheint, stößt er ein wildes Geheul aus. Ha. Okay. Ich hasse es, gegen Daidara zu kämpfen, das habe ich letztens schon erwähnt, ne, besonders wenn es Online-Kämpfe sind. Und wenn man den beherrscht, das, der ist, krass. Okay, der kämpft jetzt gerade anstatt weit von mir weg zu gehen. Okay, jetzt fängt es an. Ich darf ihn auf jeden Fall nicht zu weit entfernen lassen, sonst hat man ein Problem, ne. Ja, willst du nicht? Ah, dann komme ich halt. Oh, da hat er mich genast, ne. Oha. Okay, dann willst du aber wissen, ne. Bah. Ja, das sieht auch mäßig aus. Ah, da wurde er weggepfeffert. Okay, das reicht nicht. Nein. Hat ja nur noch einen Schlag gefehlt. So, das ging ja schnell. Wunderbar. Er liest da wieder sein Buch. 773, okay. So. Oh, ich glaube, die Aufgaben müssen wir auch schon fertig haben. Ach, warte mal. Da können wir sehen, wie viele Fragmente wir schon haben. Habe ich das jetzt richtig gesehen? 50 Aufgaben eines Ninjas. Ah, okay, yo. 15 scheinen wir jetzt zu haben. Jetzt fehlen wieder. Ja, 15 haben wir. Jetzt brauchen wir wieder 15. Ich glaube, es gibt 45 oder 50 Stück dann wahrscheinlich. Okay, gut. Jetzt machen wir erstmal den guten... Ups. So. Gehen wir mal nach, äh, hierhin. Schildkröteninsel. 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 Hier ist auf jeden Fall wieder ein Pilzchen. Oh, die ist etwas größer. Okay. Äh, da haben wir eine Mission. Erstmal wollen wir aber... ...jetzt die Mission hier machen. Hallo. Oho, du bist also der Heißblütige. Willkommen. Äh, Stufe 4. Ja. Ja, wen nehmen wir denn? Worauf habe ich Bock? Wen hatten wir noch nicht? Oh, sollen wir einfach mal zu Nadel nehmen? Oh, gibt es nur die eine? Oder kann man bestimmt später vielleicht noch mehr freischalten? Hm. Oder Sabusa. Sabusa ist auch cool. Leises Töten. Hm. Der zweite... ...Chushikage. ...Chushikage. Hm. Oh, ich habe jetzt mal Bock auf die Sarada-Oshia. Ich will die einfach mal austesten. Ja. Boruto-Schlag. Okay. Ja. Bestätigen. Jo. Jo. Nehmen wir mal die Kraftmahlzeit. Ist nur Stufe 4. Aber vielleicht verkacken wir auch. Ich weiß ja nicht, wie die Kleine so drauf ist. Gewinne den Kampf. Das ist eine gute, äh, Vorgabe. Boah, was? Hey. Okay, die hat schon wieder aus. Okay. Und schlägt keine kleinen Mädchen. Ah, ich bin schneller als du. Sie wirft dir mal das Rase in Gang. Das finde ich auch richtig cool. Wo, die hat doch auch. Haha. Ah. Ah. Jetzt kriegst du hier nochmal. Nein, es ging daneben. Oho. So, das finde ich, dass sehe ich das auch. Sarada? Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Auch Rang S. Kein Thema. Oho. Hat sie gesagt. Haben wir schon echt acht Kämpfe gemacht? Fehlen jetzt nur noch zwei? Wundert mich. Ehrlich? Nochmal speichern. Ich wusste echt nicht, dass wir schon so viele davon gemacht haben. Kam mir echt nicht so vor. Naja, gut. Gehen wir jetzt zu den anderen. Äh, der war auf jeden Fall Stufe 8, glaube ich, oder? Und 9. Dann wird er ja hier der Stärkere sein. Aber können wir mal hier hin. Wollte eh gucken, wie groß es da ist, wie viele Missionen es dort gibt. In dem Tal des ewigen Regen. Finde ich vom Design her richtig geil. Ich hätte gehofft, dass die öfters da sind. Ohne Scheiß. Mein Lieblingsdorf, um ehrlich zu sein. Oh, der ist ja auch etwas größer. Und zwar geht es nur geradeaus. Hm. Okay. Erstmal speichern. Über das Netzwerk habe ich schon reichlich Gerichte über dich gehabt. Meister Guy setzt eine Menge Hoffnung in dich. Oder Stufe 9. Okay. Oh, Rang S. Schwierigkeit S. Ah, der andere war, glaube ich, 8. Oh Mann. Ob wir das packen? Wir probieren es mal aus. Kann ja nur schief gehen. Ja, und wen nehmen wir denn am besten dafür? Ich habe Bock auf, äh... Ah, wie heißt er noch? Ah, wo ist er? Der Ushia-Typ. Ah, ich habe vergessen, wen er heißt. Ah, da ist er. Shizui, genau. Auf ihn habe ich Bock. Aber, oder sollen wir einen anderen nehmen? Vielleicht... Oder... Minato. Kunuas gelber Blitz. Ah, komm, nehmen wir den hier. Ein... Zack. Zack. Dafür sind wir doch gewappnet. Ultimative Kraftmahlzeit. Ich glaube, das wird kein leichter Kampf. Na gut. Zunade. Dann wollen wir mal. Oh, oh. Oh, Mann, ey, da wurde ich direkt genutzt. Oh, bei ihr klappt das natürlich. Scheiße, die haben noch alle tauschen, Jutsus. Nein! Oh, nein! Abo noch getroffen. Das ist krass, ich dachte eigentlich, dass sie ausweichen. Das sieht echt okay aus, aber hat nicht viel abgezogen. Oh, was macht er da? Erwachen, erwachen, erwachen. Erwachen, erwachen ist natürlich OP. Oh. Boah, wie viel halten die denn aus? Okay, die Attacke ist OP, die kommt echt blitzschnell. Das muss man ja einfach mal sagen, ey. Ich glaube, die kann man gar nicht ausweichen. Okay, das ist ja OP. Das war OP. Ich sagte, sie war OP. Haben es ganz knapp noch geschafft. Kam es so, als könnten sie, als wäre... Man muss auch sagen, das war ziemlich schnell. Rang C nur, verständlich. Wahnsinn, du bist überraschend stark. Ja, ich weiß. Stufe 9 abgeschlossen. 864. Oh, nein, 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 nein. Zurück, zurück, schnell. Ich muss das Schild noch umhauen. Oh, mein Magen knurrt. Oh, was hast du denn für eine Mission für uns? Meine Freundin hat mich gebeten, ihr Lieblingsgericht zu besorgen. Leider ist mir im Fallen, was sie besonders gerne isst. Ich sehe ja aus wie der letzte Hänger, wenn ich zu ihr zurückgehe und sie frage. Sie wartet bei der Brücke auf mich, also muss ich mich beeilen und mich daran erinnern, was sie gern isst. Noch ein Schild umhauen. Ja, was isst du denn gerne? Ich habe meinen Freund gebeten, mir mein Lieblingsgericht zu besorgen. Er war sich nicht sicher, was er für mich besorgen sollte. Wenigstens mein Lieblingsessen sollte er sich merken können. Könntest du ihm bitte so ganz beiläufig sagen, Schweinebacken sind mein Lieblingsessen. Aha, mhm, hört sich ja sehr spektakulär an. Ja, dann machen wir das mal. Berühren. Noch ein Fragment gefunden. Die Geschichte vom Galanten Jiraja. Okay, Jiraja, Jiraja. Oh Mann, ach. Da kommen mir schon die Tränen, wenn ich das nur sehe. Ah, Jiraja. Okay, gut, los geht's. Oh Mann, das waren noch Zeiten. Oh. Oh Mann. Oh, Rosenkopf. Dauf zu blocken. Boah, Pain ist OP. Ich bin Pain so geil. Ah ja, es fehlt nicht zu lang. Oh, jetzt hat sie mich schon wieder genutzt. Oh Mann. Ich bin will, dass ich hierher schlussprocke habe. Oh Mann. Ich bin so geil. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ich bin so geil. Huuuuhh. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Wow. Scheiße. Nein, nein, ich will ihn verlieren. Oh, der hat gesessen. Oh, dieses Mega-Rasengang. Schnell, erwachen, erwachen. Nein, 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 das verlieren wir jetzt. Das verlieren wir jetzt. Nein, nein, das erste Mal verloren in diesem Modus. Verdammte Angst. Ich finde, er ist nicht meins. Was? Müssen wir das jetzt nochmal machen? Ah, okay, warte mal. Den will ich aber schon packen jetzt. So, nochmal. Ja. Nochmal, ne ultimative Mahlzeit hier reinhauen. So, jetzt aber nochmal. Jetzt aber. Oh, fuck, alter. Scheiße. Nein, er hat sich getroffen. Boah, wie oft kann er noch ausweichen. Und es lockt ja alles. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nein, 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 schade. Ah. Na wenigstenschef das normale nennen wir zu. Oh, die ist auch schon Feuer und Flamme hier. Scheiße, daneben, ne. Komm, geht rein. Die ist fast down. Nein, ey, die lacht mich jetzt schon wieder. Jetzt zum Ende hin wieder. Oh, er ist so mega langsam, ey. Ich mag ihn einfach nicht. Also, ich mag ihn in der Serie. Aber er ist einfach mega langsam hier im Spiel. Das gefällt mir so mega nicht. Oh, komm schon. Die hat doch kaum noch Leben. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, Mann. Um Gottes Willen. Aber den nehme ich nicht mehr freiwillig. Er ist überhaupt nicht meins. Ah, wenigstens haben wir das jetzt gelöst. Und jetzt gehen wir zum 10. Ich denke mal, das 9. wird es sein. Und dann, äh. Sagt schnell. Ich denke, der 10. Kampf wird dann gegen Guy oder so sein. Könnt ihr mir gut vorstellen. Was ist der 10. Kampf, den wir jetzt gleich machen? Jawohl. So. Typ. Erstmal speichern. Ich wollte speichern, nicht mit dir labern. Das stand auch speichern. Ich glaube, das war Kampfstufe 8. Da steht er schon bereit. Sag nichts. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ja. Rangstufe 8. Genau. Alles gleich tust. Da wir hier im Ushia-Ding sind. Im Ushia-Versteck. Nehmen wir auch mal Ushia-Leute. Taka. Taka. Rinne-Sharingan. Den will ich nehmen. Der ist OP. Und wo ist Hitachi? Hitachi? Und dann nehmen wir noch. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Ich vercheck es jedes Mal. Shizui. Oh. Da gibt es einiges, was man nehmen kann. Ohne Nix-Shidori. Dann nehmen wir das doch. Ja. Jo. Jo. Sasuke. Mal gucken, wie der sich spielen lässt. Bereit. Ja. Ja. Was ist deine? Boah. Cool. Okay, die halten viel aus. Boah, was? Boah, was? Was feuert er in der Abwehr? Wie krass ist das denn? Boah, was? Boah, was? Ja. Ohne dich. Ich muss mehr verlieren. Dich necessities! Boah. Ich bin nicht verlieren. Und dann. Ah, die Karin, die kann mir noch gar nix. Oh, aber er. Oh, Hugo. Oder Hugo. Ne, Hugo, genau. Und Hugo. Sag mal. Oh man, das wird richtig knapp noch. Oh, fuck. Ich bin in die Fall hier. Oh, hier sind wir erwacht. Oh. Oh, oh, jetzt erwachen die auch noch. Oh, ich treff die gar nicht. Die ist viel zu klein. Oh, oh. Ach du Scheiße. Oh man. Ist ja fast. Nein. Das gibt's doch nicht. Ah, verdammt. Ah, noch mal. Ich will das schaffen. Ja, ich bin bereit. Dann nehmen wir jetzt wieder Uchi. Aber diesmal will ich den Sasuke Uchiha the last testen. Planet Heilung. Chitori Planet Heilung. Äh, Naruto. Okay. Äh. Äh. Hm. Okay. Der sieht zumindest cool aus. Dann pfeifen wir uns nochmal so eine Kraftmahlzeit ein. Komm, ich will das einfach packen. Deswegen. Boah. Boah, was? Der ist ja noch schneller. Oh. 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 Oh, das ist cool. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Ich will wissen, wie das aussieht. Darum könnte es auch sein, dass ich wieder verkacke. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein. Mann, ich treffe damit einfach nicht. Ich will unbedingt wissen, wie das aussieht. Das gibt es nicht. Er trifft einfach nicht. Verdammt, Axt. Okay, jetzt hat er nichts mehr zum Ausweichen. Das gibt es nicht. Oh Mann, ey. Die haben, nein Oh, weil ich Die ganze Zeit versucht habe, diese scheiß Geheim, die Geheimtechnik zu machen, ey Oh, das sehe ich nicht ein, ey Ah, verdammt Ah, so, egal In der nächsten Folge probieren wir es nochmal Wir machen das jetzt so lange, bis es klappt Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge Ich mache jetzt nur einen kurzen Break, bin sofort wieder da Also, ranbleiben